da wartet man noch mal kurz und schon ist wieder nacht damit haben wir nicht doch sonst war immer noch gehen wir mal zurück würde man sagen suchen uns diese gibt es denn hier auch so ein riesigen dabei bin ich extra aus dieser restlichen wüste abgehauen verdammt hätte ich doch bloß auch das zeug zum palt dann könnte ich pass fangen ein lager bauen und wäre sich bei bloß an dem hast du ihr nehmt das über und überlegt ihr wie du dir feine vom hals sonst ende ist du nacht ja wir haben auch wieder wir gehen erst mal ins gewicht da 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 im... ...chigetee Ich hab halt gerade hier I have an! Okay Und Nox. Oh, ein Daydream. Ich glaube, wir sind richtig. Äh, in die Presse. Der schon mal ein bisschen aggressiv ist. Man muss ja aggressiv sein, der Gute. Immer diese aggressiven Leute. Ich muss halt ein bisschen aufpassen. Schön in der Nähe bleiben, mein Bruder. Nämlich keine Lust, dass wir uns da irgendwie ein Teil drüber kriegen. Wir wissen hier, dass die Säule, da müssen wir hin. Äh, Rosanderlux. Punker. Süße 31. Teddy. Ich glaube nicht, dass ich mich mit denen anlegen will. Wir werden jetzt so ein bisschen mehr aufpassen, damit wir nicht so oft sterben. Oh. Das heißt, Verteidigung irgendwie. Wir fangen in Richtung Baseball. Man muss halt aufpassen. Das ist halt ein bisschen Luft, wenn wir hier so öffnen. Fangen wir an. niemand wird wir haben das gut die statu Du bleibst in meinem Bällchen. Danke. Schlimm genug, dass ich die Statue nicht habe. Oder den Teleporter. Ich habe ein bisschen Brot. Brot für die Nacht. Die Mörinsel. Du bist doch Mör. Ich habe fast so eine Idee. Das Problem an der Idee ist, wir müssen reisen. Hier oben, wir sind ja hier gestartet. Das sieht nicht gesund aus hier oben. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Damit ist gut. Okay. mal mit drei drei das war ganz schönes heftiges schick das wollten wir schaffen was ich brauch Prozente eins grufti ok und und ich war aber wir haben ja schon festgestellt Guck, guck. So, we can have it. I had him, but... Stein brauchen wir nicht Ich würde ihn zwar fangen, aber ich weiß nicht, wie gut das klappt Oh Ja, ähm Er hat gar nicht mehr viel HP What? Wo ab, mein Bruder Hey Gemeinheit Oh Gott Ich krieg mit dir Ich kann mich nicht mehr man denn da und fixi Das ist Pixie. Pixie wartet auf mich. Den würd ich mir auch noch wollen, aber ich trau mich. Das hört sich gut an. Ein geübter Pal-Trainer. Ein Nightwing. Ja, Interesse schon, aber schaffen wir den? Ja. 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 Na, na? Wolltest du dich mit mir anlegen? Oh. Da, na? Hm, 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 hm. Die Frage ist ja jetzt eigentlich nur, wie weit wir da hinkommen, wo ich mir das gerade einbilde. Stopp. Ich würde eigentlich sagen, wenn ich mir falsch war, ich hätte am Strand lang gehen können. Okay. Give me... Hm, hm, hm. Ruhe. Ruüchen. Das ist nur die Frage, wann wir denn da einfach so hin? ich will hier rüber auf die insel wir suchen unser blick einfach natürlich ist hier eine höhle wo ich mich nicht rein traurte na komm so wie gesund aus dahinten Lagerfeuer oder sowas wo es gequalmt gibt es gutes essen also gehen wir auch dahin oder wir gehen hin und sterben enthalten auch die sind nur stufe ich bin der retter in der not heißt aber nicht dass ich stark nicht gegen masse ich befreie gerne hilflose ja in dem fall bin ich wohl eher der hilflose niedlich joll top top rette mich oder rette du mich in das Gebäude das ist gibt es eine möglichkeit hier rüber zu kommen und ja wie wenn das einer sagen ist niedlich wenn ich leider rüber Was ist denn wieder so ein Problem zu laden? Kill sie! Seid beschäftigt! Oh, ich befreie dich! Solange die beschäftigt sind, befreie ich dich! Ein Fixie! Yay, Happy Fixie! Ach, hier kommen wir runter, aber... Das ist für mich! Entschuldigung! Das ist für mich! Versagen! ura ura das hat sich wieder gut das hat sich wieder gut in mir einmal einem wüscher die ich blüte eine meine woche die ich aus ich nehme einfach mal um wird schon schief gehen hier und ab 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 Ein wie einer mein Wurzel, die ich heut Knutschel. Wir sind schon ein bisschen näher gekommen, aber nicht nahe genug. Da ist die Loot. Äh. Ja, ihr macht das schon. Mit denen leg ich mich nicht an. Ein Ball. Mega. Mega. Darüber will ich nicht. Hier rüber. Hätte ich darüber gehen sollen. Wir probieren es einfach. Also im dümmsten Fall erträgen sie. Oh, oh, Ruhe. Die König erträgen was mit Ruhe. Heile. Heile und Quatsch. Kمw, Kst. Klematiker. Wie enthält, ich weiß nicht. Wie enthält ich doch immer. schlafzürgericht ich hätte ihn zwar gerne aber der letzte der hat mich gelehrt ich sollte nicht ich sollte nicht so gierig sein landball haben wir schon genug landball okay wir haben wir einfach genug landball Nee. Mögen sich wohl nicht. Oh, was... Lass mich hoch! Ja. Da, 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 da. Level 11. da hinten ist ein telepater ich will nichts von dir und du nichts von mir kapiech ein fixie und ein fach interessante kombination die eine starke diese nette es ist auch noch eine start natürlich interessant ist dann anders sein wir haben so gesehen ein bisschen höher gelegen hier immer fels wir sind der eingang ja gut um hey level up Das ist noch eine Truhe. Wir sind hier so gesehen auf einem leichten Plateauchen. Trotzdem sind wir hier auf dem Plateau, auch wenn das hier so vielleicht... Ich würde sagen, wir bauen uns hier eine Base. Wir haben den Wald in der Nähe. Da ist ein Lager zum Abfahren. Wir halten irgendwo in die Richtung. Und in Richtung Strand haben wir einen Teleporter. Irgendwo. Wenn ich jetzt gar nicht mehr sehe. Okay. Ärger bleiben hier. Ich glaube es ist ein Stein und so. So. Wir können einen was ausrüsten. Okay. Dann nehmen wir hier das Pixi. Ich halte meine Gilde. Wir haben auch keine. Gildname ändern. Okay. 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 So. Okay. So. So. Okay. So. 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 Wenn die sich gegenseitig bekämpfen, dann kommen wir sie halt ein. Wir haben das noch nicht alles auf einer Ebene, also hier müssen wir aufpassen, von neuen Höhenunterschieden. Die höchste Stelle ist das hier, so gesehen. Das ist so gesehen hier mit die höchste Stelle. Alles gerade werden wir eh nicht machen können. Das sieht schön aus. Ich habe kein Holz mehr. Aber wie hoch ist das eigentlich? Das ist so gängig. Hier hält die Hände müssen. Ja gut, mal gucken. Ich denke mal der Ort ist ganz fein. Das war ja oftmals Zeit, dass bei uns so gesehen eine Base wird. Die gleiche Stelle, die gleiche Wette immer noch. Ich bin ja wieder aufgeraden. Da geht noch was. Da geht noch was. Jetzt geht nicht. 780. Aber wir haben 110. können wir mal wieder aufgeraden. Oh, dann. Oh, dann. Oh, dann. Oh, dann. Da. Nein. Oh. Moment, hier ist falsch. Das ist eh nicht unsere Linie, wo wir bauen können scheinbar, was wir bauen sollten. Oh, wie sieht das falsch aus? Hier sieht's falsch aus. Das sieht richtig aus. Ja. Moment. 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 Ich bin perfekt zunächst, das ist ganz schlimm. Das bedeutet ja, dass das hier eigentlich falsch ist. Moment. 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 das war das Wichtigste, was wir brauchen. die bergung auf jeden fall stein ich habe noch ein bisschen holz wir brauchen unfall wir brauchen unfall wir brauchen eine reparaturwerkbank gut also das wird die primitiven Werkbank ist positiv reparieren 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 wir brauchen nur ein bisschen holz nicht wenn wir darauf achten 750 ist ja aktuell macht was nebenbei fangen wir ein bisschen 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 zum glück gestein in der nähe haben wir viel fels zu 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 Ich brauche ein bedingtes Bett. Du machst da weiter. Ich bräuchte mal was zu schweißen, mein Bruder. Das Arbeitstempo muss ich scheinbar auch erhöhen, aber ich habe keine Lust, das Arbeitstempo zu erhöhen. Ich bin ein Befeuille, damit du schweißen kannst. Ja, das war. Ich bin ein Schwerge. Die Schwerge. Ich glaube, dass ich in der Zeitung nicht gefeiert habe. Ich bin ein Schwerge. Ich bin ein Schwerge. Ich bin ein Schwerge. wir müssen dann nachher die hinten hier noch ein bisschen holz damit ich muss mich wärmen hier schlägt ja Ja, was wir immer noch.